Oh, hallo liebe Kinder. Hey, bald ist Weihnachten. Und da wünsche ich euch natürlich fröhliche Weihnachten. Die schönsten Geschenke, die ihr euch gewünscht habt. Natürlich, ach, machen wir alle Geschenke draus. Ich hoffe, ihr bekommt alle Geschenke, die ihr euch gewünscht habt. Brav seid ihr mit Sicherheit alle gewesen, nicht wahr? Ja, einige haben mich getroffen in der letzten Zeit und die mich noch nicht getroffen haben, können mich nächstes Jahr treffen. Aber jetzt freuen wir uns auf Weihnachten. Und hey, das Buch hier, Frohe Weihnachten, Geronimo Stilton. Tja, das lese ich meinem kleinen Neffen Benjamin am Kamin vor. Mit Käsekräcker und Weihnachtskäseplätzchen. Fantastisch. Ja, also, Frohe Weihnachten und auch euren Eltern, euren Geschwistern, eurer ganzen Familie. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.